Nein! Einer davon muss weg, auf jeden Fall. Und jetzt? Jetzt bringen sie sich gegenseitig um. Ja, tut mir leid, die Aufnahme ist gerade wieder abgebrochen. Weil die Kamera nur 10 Minuten aufnimmt. Warum auch immer. Ich kann das leider nicht umstellen. Auf jeden Fall haben wir gerade die K-Arena verkackt. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Schon wieder so einer. Wieso? Wo kommen die jetzt her? Und was äußerst das, eh? Oh Mann, ich... ...versteh das nicht, wo die ganzen immer auf einmal hergesprungen kommen. Da sollte ich doch die Sniper nehmen. Oh nein, ich habe den Kopf weggeschossen. Das war nicht gut. Oh, diese Laborratten sind besonders schlimm. Aha! Das ist gut. Dass die sich jetzt gegenseitig umbringen. Ey, der ist ja nicht tot zu kriegen hier. Ähm... So. Ich glaube, man kriegt so einen Extra-Bonus, wenn man... ...Banditen mit kritischen Treffern tötet. Einer ist noch am Leben. Wo bist du? Mach's dir nicht unnötig schwer! Ach, da. Ja. So. Nächster. Oh mein Gott, schon wieder so einer. So. Ey, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich wurde irgendwie weggeschubst. Und weg ist er. So mag ich das, wenn die Gegner schön weit weg sind. Ne, den treffe ich so nicht. Elite. Wollte er gerade eine Banane, äh... ...Banane wollte ich schon gerade sagen. Granate werfen. Der hat uns anscheinend gar nicht gesehen. Heißt das niedlich. Tja. Tja. Tut mir leid. Oh mein Gott, wir haben gar keine Munition mehr. Und da liegt Iridium, so wie ich das sehe. Kann man ja immer wieder gebrauchen. Äh... Ja, das war klar, dass so einer kommt. Da muss ich, äh... Schocksniper für nehmen. Wo hab ich denn eine? Da. Ich versteh gar nicht, warum ich die normalen Leute einfach ausmessere. So. Wo bist du? Da bist du. Komm, zeig dein Köpfchen. Ähm... Zwei sind auch übrig. Wo seid ihr? Da. Ja, der lebt ja immer noch. Okay. Ist das noch so einer? Die hatte ich doch vorhin nicht. Wieso kommen jetzt auf einmal solche? Vier. Vier müssen wir noch mit kritischen Treffern töten. Hä? Wo kommen die jetzt? Da. Wow. Eins. Zwei. Zwei. No. Das war jetzt kein Richter-Treffer. Ey, bleib stehen. Äh, einer noch. Mann. Köpfchen hoch. Oder du. So. Ey, das war doch ein Kriter-Treffer. So. Ich bin erst bei der Hälfte. Alter. Alter. Ha, den hab ich noch getroffen. Hilfe. So. So. Ich muss hier irgendwo Munition finden. Da. Genau, die brauch ich. Wow, da ist noch irgendwas. Jawoll. Ach ne, das ist ein Behälter. Mit Säure. Waffe. Das ist auch nicht so optimal. So. Egal. Wir benutzen einfach ne andere Waffe. Äh. Ja, das ist ganz cool. Ah ne, das ist ein Etzener Goal, ja. Der ist ja resistent dagegen. Oh. Hä? Genau, Slack. Das ist gut. Nein! Einer davon muss weg, auf jeden Fall. Und jetzt? Hihi. Jetzt bringt sie sich gegenseitig um. Ah. 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 Können wir den auch noch? Ah. Wow. Erstmal ein Hologramm setzen. Ah. 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 Mach die keinen... Wow. Warum hab ich den Kopf abgeschossen? Ich hab doch gar nicht viel auf den Kopf getroffen. Unfair. Haha, niedlich. Okay, mein Schild ist jetzt ziemlich weit unten. So. Jetzt blümmern sich ja wieder die Sniper. Egal. Ah. 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 Superbett. Es war es. Was? Sowas hat sich ja noch nie, glaub ich. Hä? Ich glaub ich hab... Ach so. Oh. Dem hab ich in den Kopf abgeschossen. Ey, der ist tot. Ha. Er ist tot. Okay. Wo ist der jetzt? Ach so. Cool. Hier liegt dann auch gleich ein... ...Gesundheitspack. Oh man. So. Aufnahme wieder beendet worden. Ich guck immer nicht auf die Zeit. Nein. Ey, der braucht noch einen Schuss. Äh. Ey, der hat eine Granate geworfen. Unfair. Marauder. Ups. Ja. Da ist noch einer. Ja, die KI ist doch schon weit... ...weit besser als beim ersten Borderlands. Die rollen jetzt so auf dem Boden rum. Was ist da? Wow. Eine lila eine Sniper. Das ist mir jetzt egal. Die hol ich mir einfach. Wo ist die? Wo ist die? Hier war doch die... Hä? Hier war doch die lila Sniper. Wo ist die? Ey. Ey. Jetzt sterbe ich ja schon wieder. Da war doch grad eine lila eine Sniper. Wieso? Wo ist die jetzt? Und wieso immer die? Ey. Wenn du jetzt nicht hier bleibst, dann krieg ich echt die Krise. Jawoll. Das wär jetzt echt blöd gewesen. Oh, neues Level. Okay. Den. Äh. Mehr Projektilgeschwindigkeit. Oh, verdammt. Das ist echt nicht gut gewesen gerade. Zum Glück hat der so eine 11 Medikit gedroppt. Was ist das überhaupt schon wieder? Nein. Wow. Glück gehabt. Das hat uns der blöde Mini-Zwerg im Sprung noch getötet. Und ich glaub ich hab die lila Sniper gefunden. Aus Zufall. Oh mein Gott. 800 Schaden. Geil. Das ist mal ein richtig fetter Fund. Dafür lohnt es sich auch noch 50 Mal in dieser blöden Arena zu sterben. Hä, wieso kommt die ganze Zeit dieses Aufnehmen? So, jetzt ist es weg. Ähm, ja. Ich warte glaube ich erstmal kurz, bis das Leben hier aufgeladen ist. So, ich hatte jetzt keine Lust das Leben voll aufladen zu lassen. Das dauert mir doch ein bisschen zu lange. Äh, dafür habe ich hier diese Super Sniper gefunden. Wo ich mich echt drüber freue. Die rüste ich auch gleich mal aus. Äh, wo ist sie? Da. Die macht noch 50% Nahkampfschaden mehr und nochmal 15% auf den 800 Schaden drauf. Also, nochmal 80. Mann. Badass-Zwerg. Ne! Ich hab's geschafft! Hä? Hä? War da nicht noch eine Hunde normalerweise? Egal. Das hat sich wirklich gelohnt, dieses eine Mal zu sterben. So, haben wir auch noch genug Inventar. Ja. Falls wir jetzt irgendeine Waffe oder so bekommen. So. Ne, gibt nur Erfahrung und... Äh, Geld. Runde 2. Äh, die mach ich jetzt nicht. Die mach ich später noch. Äh, ich geh erstmal Munition kaufen. So. So. Was haben wir noch für Aufgaben? Also, die... Ähm... Ich glaube, ich mach hier den. Ja. Dann können wir auch gleich diese andere wir im Quest hier entdecken. So. To the Fridge. Ach, da sind wir sogar gleich richtig. Müssen wir gar nicht reisen.